Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Ich bin stets bei der Wahrheit geblieben, aber ich habe dir nicht alles erzählt. Bilbo Beutlin, ich suche jemanden, der mit in ein Abenteuer zieht. Ich kann mich nicht einfach so ins Blaue aufmachen. Ich bin ein Beutlin, wartet, aus Beutelsend. Bilbo, darf ich vorstellen? Fili, Kili, Oin, Gloin, Walin, Balin, Bifur, Wofur, Bombur, Dori, Nori, Ori und unser Anführer, Thorin Eichenschild. Über die Nebelberge weit, zu Höhlen tief aus alter Zeit. Und dort, wo knisternd im Gehölz erwacht, ein Brand von Winden angefacht. Ich kann nicht für seine Sicherheit garantieren. Ich verstehe. Noch werde ich für sein Schicksal verantwortlich sein. Wenn du wieder da bist, wirst du viel zu erzählen haben. Versprichst du mir, dass ich wiederkomme? Nein. Und wenn doch, wirst du ein anderer sein. Mein Name ist Bilbo Beutlin. Beutlin? Was ist ein Beutlin? Mein Schatz.